Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Es spielen Yuvi gegen Balazs. Die Picks sind absolut random. Wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasst die Spiele beginnen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play League of Legends. Jo. Unsere typischen Random-Turniere und es... Also typischen Random-Turniere, ne? Und einmal... Ja, also das ist jetzt das zweite Mal. Das ist ganz typisch. Rumble gegen Karma. Genau. Hier Yuvi als Karma und der Rondrak bzw. Balaz als Rumble. Rumble. Ich bin der Rumble. Ich hab mir da was gebaut. So, schauen wir mal. Mir ist letztes Mal aufgefallen, dass der In-Game-Sound ein bisschen leise ist. Deswegen werde ich die jetzt ganz unprofessionell schnell ein bisschen lauter machen. Bala. Das ist auch so. Bei mir hört man im Hintergrund vielleicht die Glocke, aber ich hab das Fenster offen, weil es ist einfach noch zu warm. Das ist ein Ballast. Glocken die läuten. Ja. Ja. Ich wohne nämlich im Kloster. Ich bin Mönch. Aha. Seit neuestem. Habe ich mich spontan zu entschieden. Zölibat Rules und so, ne? Ja, genau. Hm, bla bla bla. So, ich muss mal grad noch schauen, was er überhaupt kann hier. Ja. Können wir mal auf die Minions warten. Hm, ja, ja. So, das, das klingt gut. Ähm. Was ist das hier? Ah, okay. Das ist okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Und das ist, ja. Ich bin bereit. Ich hab den, ich hab den Charakter gerade anhand dessen, dass ich die Fähigkeiten gelesen hab, äh, gemeistert. Gut. Glückwunsch. Ja. Ich muss mich grad noch entscheiden, was ich mir dann kaufen will. So, ich geh dann da drauf. Okay, alles klar. Ich bin soweit. Ich bin soweit, dich zu töten. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Zugegebenermaßen. Wieder mal haben wir echt Pech bei der Charakterauswahl. Wieder mal haben wir beide Helden bekommen, die wir jetzt nicht sonderbar gut können. Also, ich kann Kameras um ein ganz kleines bisschen. Mehr als Poppy auf jeden Fall. Auf alle Fälle kannst du sie besser als ich. Ah, okay. Okay, Frau Waren. Hilfe. Ach so, dann platzt ich nochmal nach. Ist nicht gut. Nein. Da weicht die Sau aus. Voll frech. Voll geil. Voll frech. Oh. Jetzt hab ich irgendwie damit gerechnet, dass es explodiert. Wieder in dich getroffen. Oh. Ich ziehe immer zu kurz. Geh weg. Du Hund. Ich hab einen Laserstrahl. Ich nicht. Irgendwie sitze ich gerade nicht in einer gemütlichen LOL Position. Ach, so. Leut Position einnehmen. Sind sie bereit für LOL? LOL. Haha, Treffer. Ich bin so gut. Ich bin verdammt nochmal der Beste hier. Auf. Getroffen. Voll unfair. Feuer. Feuer. Am Arsch vorbei. Ja, das ist voll unfair. Alter, hier explodiert alles. Ich fühl mich hier unsicher. Ich finde seine englische Stimme cool. Ich kenne nicht mal seine deutsche, muss ich sagen. Ich hab ihn noch nie gespielt. Ich auch nicht, aber ich finde die englische Stimme cool. Hör. Hilfe. No. Oh, ich lebe. Ich lebe. Voll der Skilla. Ich lebe immer noch. Hahaha. Hahaha. Du kriegst mich niemals leben. Okay, dann kann ich nur halt um. Das ist gut. Hahaha. Also ich bin, muss man auch sagen, hatte ich ja letztens mal, glaube ich, auch schon erwähnt, APs sind irgendwie so gar nicht meins. Ja, aber da vielleicht sind wir meins. Ja. Oh Mann. Ja, komm. Bin ich so gut wie tot. Da hat das strahlich ausgetriggert. Vor allem, ich kenne mich halt mit Kammer aus Null aus. Das heißt, ich weiß nicht, was ich ihre Fähigkeit bringe. Wah, hat er noch ein Schild. Ich habe mich gerade gepennt, so eine Sekunde. Mein Herz. Nein. Aber bist du leider stehen geblieben. Ja, ich habe versucht, meine Ulti zu zielen gerade. Oh Leute, ich habe genau zwischen die Minions geschossen. Sehr gut. Ja, die Ulti ist bei ihm ganz schön kompliziert irgendwie, ne? Die hat so einen komischen... Naja, du musst das Ziel wählen und dann in welche Richtung sie halt praktisch weiterziehen soll. Also, muss da ein bisschen... Das ist etwas seltsam, aber egal. Warte mal, was soll ich jetzt schauen? Ach, genau. Okay, da brauche ich dann noch. Ich hätte mir vielleicht... Na egal, jetzt ist zu spät. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg. In die Schlacht. Piu. Oh Mann. Ach so. Stimmt, den konnte man zweimal abschießen, oder? Ja. Scheiße, und ich schieße ihn immer nur einmal ab. Ich kann dir leider auch überhaupt nicht helfen. Ja, ja, ist okay. Mir ist auch nicht mehr zu helfen, seien wir mal ehrlich. Nein, ich bin tot. Ich bin ja davor. Ich bin ja noch nie, eigentlich. Eigentlich immer relativ klein. Captain Timo on duty. Ich bin tot. Ich bin tot. Das macht keinen Schaden. Ja, ich will sterben. Poink. Poink. Guten Flug. Und da laden dich wieder. Jawohl. So muss das. ja eigentlich keine schlechte wahl aber ich weiß es nicht sonst daraus bauen muss oder das plant dann denke ich mal schon so wir gehen einmal darauf ist auch irgendwie so ein bisschen ich denke mal so dürfte es nicht dumm sein damit drauf ich finde ihn ja irgendwie ganz lustig anscheinend spielt mir das so halb ein bisschen auf tank oder so ja ich glaube auch irgendwie ich glaube er ist eigentlich ein top laner also bei gut gespielten rumbles ärgere ich mich eben auch gerne mal zu tode ja danke ich hab dich auch lieb nein ich meine jetzt so im normalen game also die können schon echt übel sein sag mir ruhig dass ich rumbles schlecht spiel ich weiß es selber ich bin schon wieder gesnarrt hier geht es immer nur um leben und tod da ist das ist nicht so ein freundschaftsspiel wie sonst so er brüllt auch noch so geil ich mag ihn nicht das heute dominiert wie aber extrem muss auch mal sein aber ich weiß noch nicht so ganz wie das late game nachher ausschaut jetzt hat für dich bis ich halbwegs irgendwie ins spiel kommen bisschen cash krieg bist du schon hast mich schon lange ausfahren hier also ich meine du bist es jetzt denke ich mal so 3000 zuckerung haben ja 350 nein hat sich noch ein stück weiter gerade rennen können nein es wäre voll voll freundlich gewesen geworden sehr freundlich geworden von dir ne ja das wärs wirklich so wie es ist durch da rauskommen so runenmäßig muss ich sagen habe ich gerade drin also warte 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 warum war das runen habe ich jetzt gerade das was ich noch mal für akali hernehmen und ansonsten abheben und wer so hier im master page okay also ich habe full ap drin also full full ap so hier im master page okay oh man oh Scheiße, ich habe ein Overheat, ich bin Overheated, nein, ich sterbe, poing, poing, ja die Geräusche von ihm sind super, batsch, das ist so schlecht ey, das ist heute ne totale Domination, dafür hattest du das letztes mal, ja gut, ich weiß gar nicht wie das letzte war, aber hast du mit Katarina schon ziemlich weggehauen, ich hätte ja lieber einen Supporter gekriegt, ne Jenna oder so, die kann so nervig sein, ich lebe, ich bin noch am trinken, Hilfe, ich kann doch nicht arbeiten, saufend, ja, das muss schon aber sein, langsam dackele ich da raus, We have learned as much as we saw, we have overheated, we have learned as much as we saw, ja, darfst du auch, will ich zumindest einmal töten, lieber nicht, doch, auch wenn du dann einkaufen kannst, ich denke mal 4, 5000 rum, wahrscheinlich eher 5, 2, weil ich auch noch ganz gut farme gerade, Ja, 73, 74, ich hab ja nicht, ich hab ja nicht mal gefarmt, ich hab keinen Kill, ich hab nicht gefarmt, aber... Warum heißt du dich so extrem, was ist da los? Weil Karma das kann. Ja, also das ist extrem hier, ne, fast tot, fast tot und... Ja, das war mit Ulti auch zusammen. Mit Ulti auch zusammen, hallo Deutsch. Zusammen, ich hab's zusammen gemacht, weißt du? Geh weg, ich sterben, du scheiß Karma. Ja, komm dort! Herzlichen Glückwunsch, du hast mich gekillt. Waa? Hallo? Autohit? Ich bin Depri. Oh, das geht mir leid. Das ist traurig. Du bist gemein zu mir. Der hat meine Gefühle verletzt, der lässt sich nicht töten, der heilt sich einfach, weil er cheatet. Hahaha. So, 6000. You don't have to tell me twice. Ja, doch, eigentlich schon. Ich bist ein Noob. Rumble ist ein Loser, Rumble ist ein Loser. Ich flam Rumble einfach. Nein. Ich doch. Verdammt noch eins. Dabei sterbe ich jetzt aber so extrem noch mit hier. So, was kaufen wir dann? Das bringt nicht so viel. Machen wir es mal so. Ist doch egal, was du kaufst. Hallo? So, das instinkaufen und das hier. Ja. So, das ist okay, würde ich sagen. Nein, das ist gemein. Du siehst doch noch gar nicht, was ich habe. Leandres Qual, Rabaddons Deathcap. Okay, warum siehst du das schon? Weil ich deine Leichen aussehe. Deswegen kauft man, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt. Deswegen kauft man normalerweise erst ein, sobald man wieder lebt. Ah, okay. Habe ich schon wieder vergessen. Siehste. So, dann wollen wir mal ein bisschen Schaden machen. Ich bin tot, aber sowas von. Egal, ich bleib drauf. Bleib drauf. Ich habe dich fast gehabt. Ich muss eigentlich defensive Items kaufen, ne? Wie, der macht mich kaputt. Hier, siehst du zum Beispiel, was ich geholt habe, ne? Ja, stimmt. Jetzt warte ich mal kurz, bis ich wieder lebe. Das ist nämlich nicht, was ich gekauft habe. Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht, beziehungsweise auch verstanden. Ja, 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 du sagst doch nur so, du hast es doch noch gar nicht kapiert. So, jetzt lebe ich wieder. Ich habe mir noch was Geheimes gekauft, was du nicht siehst. Das ist spielentscheidend. Ja, das ist, also mit Rumble habe ich eindeutig zu wenig range gegen dich. Dann läuft er nicht mal weiter, der Arsch, weißt du? Das ist immer so typisch. Ja, ich bin tot. Huh, daneben. Ich lebe. Ich rechne ja immer damit, dass Gegner Haken schlagen. Das hat mich schon manchmal was gekostet. Ich rechne eigentlich schon gar nicht mehr damit, dass jemand gerade ausläuft. Manchmal ist es echt ein bisschen peinlich, weil die Leute denken, wo sitzt du denn hin? Ich muss mir irgendeinen Flame ausdenken. Warum? Weiß ich nicht. So. Wow, voll der Flame. Ich glaube, ich weine gleich ein bisschen. Siehst du, er reagiert nicht mal drauf, weil er das wirklich macht. Nein, ich habe Beweise, weil die Leute können ja zugucken hier, ne? Ja. Ihr wisst alle Bescheid. Ihr seid alle Komplizen von Yuvi, ihr Schweine. Ich komm hier nicht durch. Ich mach auch den Minions irgendwie keinen Schaden. Also irgendwie verstehe ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, du musst ihn irgendwie anfangs extrem tanky spielen, glaube ich. Ist nur eine Vermutung. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Das war's. Du wirst gewonnen. Der Arsch. Ja, damit ein GG an dich. Damit ist es jetzt ausgewogen. Du hast letzte Runde gewonnen. Ich habe diese Runde gewonnen. Und beim nächsten Mal, da kriegen wir beide was, was wir können. Genau. Und jetzt drücke ich nicht auf Continue, weil... Wie ist es zwei? Ja, ja, ja. Ich hab auch extra die Hand von der Maus genommen. Ja. Ich wollte gerade schon. Das ist nur die Angewohnheit, schnell wegzuklicken. Ja. Wenn ich so ein Bild sehe, ist es die Angewohnheit, schnell wegzuklicken. Ja. Okay. Ich würde sagen, Leute, das war's für diese Woche. Ja, wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, so ist es. Und jetzt erzählt Lissandraul wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.